Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Qualin-Video. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie ich den View-Controller bzw. den Viewer realisiere. Ich verwende dazu reines JavaScript, also kein jQuery oder irgendwelche Frameworks. Zunächst einmal habe ich die HTML-Seite gemacht, die Sie da rechts im Bild sehen und nun erstelle ich die entsprechende JavaScript-Datei. Als erstes brauche ich einen Listener für Document-Ready. Das heisst, wenn das ganze HTML geladen, soweit verarbeitet ist, dass ich beginnen kann, meine Daten zu lesen. In diesem Listener rufe ich die Methode auf, die ein einzelnes Buch lesen soll. Ich wähle mal ReadBook und ich schreibe jetzt diese ReadBook-Function. Auch hier gewöhnt sich an, alles zu dokumentieren. Um einen Service aufzurufen, verwende ich die Fetch-Methode. Im einfachsten Fall, sei es bei einem Get, gebe ich einfach die URL an. Sie sehen hier das ist das ResortBook-Read mit der UUID. Den Wert dieser UUID, den hole ich mir aus der Adresszeile im Browser, definiert eine Konstante. Und ich habe in meinem Util.js diese Function GetQuery Param programmiert, wo ich einfach ein Key angeben kann und ich den entsprechenden Wert kriege. Fetch ist eine Asynchrone-Funktion. Das heisst, ich muss mit den Blöcken auf das Resultat warten. Ich habe das hier mal einfach aus einem anderen Programm kopiert. Sie sehen als erstes Dan. Da schaue ich mir die Response an. Ist diese okay, gebe ich die Response weiter an den nächsten Dan-Block. Diese Blöcke, die werden da eine nach dem anderen durchgeführt. Im Fehlerfall gebe ich einfach im Log bzw. Konsole des Browsers die Meldung aus. Der zweite Dan-Block, liest die JSON-Daten und wandelt das Ganze in JavaScript-Objekte um. Und diese Daten schicke ich dann an die Function Showbook, die ich als nächstes programmiere. In Showbook nehme ich nun die ganzen Daten aus diesem JavaScript-Objekt Data und fülle es in die entsprechenden Elemente meines Formulars ab. Also mit Document GetElementById hole ich mir das Element und den Value fülle ich aus dem Data-Objekt ab. Das Ganze copy-paste ich jetzt einfach für alle weiteren Attribute und passe dann entsprechend ID und Attributsname innerhalb von Data an. Damit ist meine Function eigentlich bereit, um getestet zu werden. Und Sie sehen es hier, das Buch wird angezeigt. Einzig das Dropdown mit dem Verlag. Da fehlen jetzt natürlich noch die ganzen Verlagswerte. Entsprechend brauche ich jetzt eine zweite Function, die ganzen Verlage liest und ins Dropdown einfügt. Ich nenne diese Function Read Publishers. Copy-paste von ReadBook. Die BookUI brauche ich hier nicht. Die URL passe ich entsprechend an. Und im Erfolgsfall rufe ich die Function Show Publishers auf. Diese Function Show Publishers hat die Aufgabe, durch das Array mit den Publishers durchzugehen. In JavaScript haben wir keine Array-Lists oder Hash-Maps, sondern einfache Arrays. Und die Elemente in meinem Dropdown einzufügen. Dazu hole ich mir mal zuerst das Dropdown-Element. Dann brauche ich eine Iteration. Das kann ich hier einfach mit Data-For-Each machen. Jedes Element innerhalb des Arrays soll ein Publisher-Objekt werden. Und ich kodiere die Logik hier direkt inline mit dieser Pfeil-Syntax, wie ich sie nenne. Hier stelle ich ein neues Option-Element. Als Text gebe ich den Publisher-Namen an. Und ich füge das meinem Dropdown-Namen-Option hinzu. Nicht zu vergessen, ich brauche noch auch den Wert. Das ist dann die Publisher-UUID. Und jetzt sollte mein Test das Dropdown korrekt anzeigen. Ganz genau so funktioniert das. Damit ist das Erstellen des Buchformulars fertig. Als nächstes möchte ich die Bücher-Liste erstellen. Ich übernehme da einen schönen Teil einfach aus der anderen JavaScript-Datei. Ich passe hier einfach ein Name und beschreibe der Function an. URL ist hier Resource-Book-List. Ich brauche also die Book-UID nicht. Und ich rufe eine Function-Book-List auf. Übergebe der die Daten. Auch hier werde ich mit einer Iteration durch das Array der Bücher gehen. Diesmal erstelle ich aber keine Option-Elemente, sondern ich werde meine Tabelle mit dem Body-Book-List entsprechenden Zeilen hinzufügen. Das heisst, ich hole mir hier den Table-Body über seine ID. Für jedes Buch erstelle ich eine neue Tabellenzeile. Ich mache das über Insert-Row mit dem Index Minus 1. Das bedeutet, an letzter Stelle einzufügen. Innerhalb der Zeile füge ich dann eine Zelle ein. Auch die jeweils an letzter Stelle. Und innerhalb dieser Zelle das entsprechende Attribut aus dem Buch. Auch das wird jetzt natürlich mittels Copy-Paste einfach vervielfacht. Beim Publisher muss ich beücksichtigen, dass es selber auch wieder ein Objekt. Deshalb Publisher und innerhalb dem Publisher. Ja, das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Ich kann das hier nun austesten. Und siehe da, meine Bücherliste wird angezeigt. Als nächstes will ich den Speichern-Button meines Formulars aktivieren. Dazu brauche ich einen Event-Listener, der auf den Submit-Event des Formulars reagiert. Als Parameter erhalte ich den Event. Und das Erste, was ich mache, ist, ich verhindere das Default-Verhalten des Submit-Buttons. Der würde nämlich selber Daten versuchen an den Server zu schicken. Das möchte ich nicht. Ich will das unter Kontrolle haben. Dann greife ich auf das Buchformular zu. Und muss nun die Daten innerhalb dieses Formulars umformen, dass ich sie dann in einem Request mitschicken kann. Ich mache also zuerst ein neues Form-Data-Objekt daraus. Und aus diesem Form-Data-Objekt kann ich dann ein URL-Search-Params-Objekt machen. Das kann ich dann beim Fetch im Datenteil meines Requests mitsenden. Außerdem muss ich noch entscheiden, welche Methode und die genaue URL, die ich verwende. Das hängt davon ab, ob es ein neues Buch ist oder ein bestehendes. Dazu suche ich wieder die Book-U-U-ID innerhalb der Adresszeile. Falls die Book-U-U-ID null ist, das heisst nicht vorhanden, dann ist es ein neues Buch. Entsprechend ist die Methode post. Und die URL wird dann entsprechend create sein. Da fällt mir gerade ein, dass ich eigentlich den grössten Teil der URL auch gleich definieren kann. Was immer das gleiche ist. Also füge ich hier einfach noch create hinzu. Wenn eine Book-U-U-ID existiert, dann ist sie Put-Methode und die URL hat am Ende Update. Der Fetch sieht nun hier ein bisschen anders aus. Nicht nur, dass die URL in einer Variable steht. Da ich hier keinen Get-Request mache, muss ich zusätzlich die Methode und die Daten mitgeben. Das sieht nun so aus. Also über die entsprechende Methode. Header, um zu sagen, wie die Daten geformt sind und im Body. Data. Auch hier wieder habe ich mehrere Dan-Blöcke, die über die weitere Verarbeitung bestimmen. Ich ändere jetzt hier mal den Titel. Klicke auf Speichern. Sie sehen, ich kann da jetzt mit dem Debugger ein bisschen verfolgen, was eigentlich hier geschieht. Netzwerchanalyse zeigt mir hier, dass es irgendwie nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte. Ich stelle fest, da hat Book-U-U-ID, war leer im Formular. Und tatsächlich bei Show-Book hatte ich das vergessen, die Book-U-U-ID abzufüllen. Ich wiederhole hier meinen Test. Der Debugger interessiert mich jetzt gar nicht mehr so. Aber was mich interessiert, ist hier dieser 200. Status. Das heisst, wenn ich jetzt die Book-List anschaue, beziehungsweise im Pfeil nachschauen würde, müsste mein Buch sich geändert haben. Und Sie sehen, das erste Buch hat seinen Titel geändert. Probieren wir das Ganze aus mit einem neuen Buch. Speichern. Status 200 sieht gut aus. Und das Buch wurde eingefügt. Und das war ein Erfolg. Zuletzt möchte ich jetzt in mein Bookshelf-View, also bei der Liste, noch zwei Buttons hinzufügen. Der eine Button ist für das Bearbeiten der Bücher, der andere für das Löschen. Der Button soll den Text löschen enthalten. Typ ist einfach Button. Und er kriegt auch einen Namen. Und er kriegt auch einen Namen. Als spezielles Attribut setze ich dieses Data Book-U-U-ID mit der U-U-ID. Wenn Sie eigene Daten in HTML-Elemente verpacken wollen, machen wir es immer über Attribute, die mit Data-Bindestrich beginnen. Zuletzt Event-Listener für diesen Button. Wenn man draufklickt, soll die Methode Delete Book aufgerufen werden. und ich füge diesen Button als letzte Zelle innerhalb der Zeile ein. Ich schreibe noch diese Function Delete Book. Die braucht ein Event, um die BookUID zu ermitteln. Mit EventTarget kann ich den Button ermitteln, der geklickt wurde und jetzt kann ich über GetAttribute den entsprechenden Wert der UUID ermitteln. Man sollte sie zweimal gleichschreiben. Damit weiss ich jetzt, welche UUID gefragt ist, setze jetzt hier ein Fetch Request ab. Und ich muss jetzt hier auch noch die Methode angeben. Default ist immer GET. Wenn Sie eine andere Methode brauchen, müsst ihr es angeben. Falls OK ist, möchte ich eine Weiterleitung auf Bookshelf. Und weitere Verarbeitung brauche ich nicht, also lösche ich da die überzähligen DEN Blöcke. Ja, und jetzt kann ich hier ganz lustig meine Bücher löschen nach Herzenlust. Was ich jetzt hier im Video nicht mehr zeige, ist der Bearbeiten-Button. Der wird einfach eine Weiterleitung auf Bookedit ausführen mit der entsprechenden BookUID. Also recht ähnlich wie das Löschen, einfach ohne dass ich einen Request aufrufe, sondern stattdessen eine Weiterleitung. Ich hoffe, Ihnen hat diese etwas andere Art von Video gefallen, wo ich doch wesentlich mehr gezeigt habe, wie ich tatsächlich arbeite und nicht die beschönigte Version, wo alles auf Anhieb klappt. Bis bald, ihr Gwani.